Servus Freunde, der Motorradfahrer Roberto begrüßt euch heute an diesem wunderschönen Frühlingstag. Wir haben heute den ersten Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember 2022. Ich bin unterwegs in Niederbayern, natürlich mit Motorrad, was sonst, an einer kleinen schönen Kapelle, kurz hinter dem Ort Gammelsdorf, mit dem kleinen Kiesweg, der Hochkummer, und wir stehen vor dieser kleinen Kapelle. Wir haben wunderschönes Wetter, wie gesagt, das hat ungefähr 11 Grad, ungefähr, vielleicht sogar 12, Sonne, fast Windstill, da steht noch drauf, auf der Tafel, erbaut, im Jahre 1868, und da steht sie, der Klinator, und freut sich auf die schöne Ausfahrt heute. Das ist einfach unglaublich. So, und da schauen wir uns gleich mal kurz rein. Da ist aber die Türe offen da. Aha. Da hat so eine Gitter abgesperrt nochmal. Eine kleine Kapelle. Mit vier, so drei, so Bänken. Links und rechts. Und einen kleinen Altarraum. Wunderschön. Ah ja. Kleines Gedächtnis. Tafel mit Bildern. An die Schrecklichen kriege ich. Die Leute werden immer gescheit. Sieht man halt wieder. Schrecklich einfach. So, geht dann aus. Ja, Leute, das war's. Ganz kleiner Film. Von diesem schönen Tag halt, den man einfach nutzen muss, um eine kleine Tour zu machen. Danke schön. Wünsche euch noch schöne Festtage. Es ist ja heute Morgen noch Feiertag. Alles Gute. Bis bald. Bis bald.